Hallo, mein Name ist Tim Mikscher. Ich bin Mitgeschäftsführer und Mitgründer von Netmedia. Netmedia versteht sich als strategischer Partner unserer Kunden beim Thema digitale Zusammenarbeit mit dem Fokus auf die Microsoft 365-Technologie. Das heißt, wir helfen Unternehmen, aus ihren digitalen Arbeitsumgebungen mehr zu machen, sie besser zu nutzen, sie sinnvoller einzusetzen, zum Beispiel mit Kollaborations- und Kommunikationslösungen wie Intranet-Plattformen, Mitarbeiter-Apps oder Teams-Lösungen. Und gleichzeitig versetzen wir dieses Unternehmen in die Lage, organisationsweit moderne Zusammenarbeit zu etablieren. Wir haben in den letzten Jahren immer häufiger festgestellt, dass es ganzheitliche Ansätze, ganzheitliche Vorgehen braucht, um das Thema modernes Arbeiten voranzutreiben, erfolgreich voranzutreiben und den Mitarbeitern eine gute Mitarbeitererfahrung, Neudeutsch-Employee-Experiments zu bieten. Ganzheitlich heißt für uns, dass es keinen effektiven Einsatz von Technologie oder Plattformen ohne eine entsprechende Begleitung auf der menschlichen Seite geben kann, weil es in vielen Fällen eben auch um die Veränderung zu neuen Arbeitsweisen, zu neuen Arbeitsformen und Abläufen geht. Wir sehen gleichzeitig immer wieder, dass selbst, wenn es bereits ein gutes Verständnis für die Notwendigkeit der Veränderung von Arbeit gibt, zum Beispiel gerade jetzt im hybriden oder fluiden Arbeitszeitalter, wo wir immer flexibler werden mit Arbeitsort und Arbeitszeit, dass immer noch die Frage im Raum steht, wie setzen wir diese Veränderung konkret um? Hier helfen wir Unternehmen direkt anhand des Einsatzes von Technologie und an den konkreten Arbeitssituationen, die im Arbeitsalltag auftauchen, wie man diese Veränderung mit den Lösungen der digitalen Arbeitsumgebung vorantreibt und wie man diese Technologie, in unserem Fall Microsoft und Staffbase, effektiv nutzt. Gutes Beispiel dafür ist die Befähigung von Führungskräften, von Teamleadern etc., denen bei der Veränderung eine sehr wichtige Rolle zukommt. Anhand von pragmatischen Situationen geben wir ihnen die Möglichkeit, persönlich zu erleben, dass diese moderne Arbeitsweisen etwas für ihren Alltag bringt und sie bei ihrer Arbeits- oder Führungsarbeit die Tools wie Teams, Yammer etc. einsetzen und wie sie diese einsetzen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz begleitet unser Team aus Strategie, Change Management und Microsoft 365 Berater hat dann schon seit vielen Jahren erfolgreich eine Reihe von mittelständischen Unternehmen und großen Konzernen, ihre digitale Mitarbeitererfahrung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, über diese Themen auf dem Digital Work Forum mit Ihnen, mit euch zu sprechen und teilen gerne unsere Erfahrungen dort aus unseren Projekten und freuen uns auf einen tollen Austausch mit Ihnen. Ja Tim, erstmal vielen Dank, dass ihr uns beim Digital Work Forum unterstützt. Mit welchen konkreten Themen seid ihr denn auf der Veranstaltung vertreten? Ja, wir sind mit Beiträgen zum Thema Adoption und Change Management dabei. Meine Kollegin Sophie Schneiderhöhnen wird in ihrem Beitrag wertvolle Tipps geben und zu Erfolgsfaktoren, wie man die Akzeptanz von digitalen Arbeitsumgebungen und die Etablierung von modernen Arbeitsweisen erfolgreich bewältigt. Und zum anderen sind wir beim Diskussionsforum dabei, wo wir über den Status Quo digitaler Zusammenarbeit sprechen und wie man diese zurzeit am besten etabliert. Ihr koppelt ja sehr stark bei euren Empfehlungen für eine bessere Etablierung und der Optimierung dieser Projekte das Thema Adoption und Change. In früheren Zeiten haben wir das immer ziemlich getrennt diskutiert. Da gab es die Adoption-Phase und da gibt es die Veränderungsphase von dem Verständnis und den Kulturen etc. Wieso muss da jetzt eine stärkere Kopplung her? Das Ganze bedingt sich eigentlich gegenseitig selbst. Du brauchst auf der einen Seite gewisse Strukturen, um Veränderungen voranzutreiben. Gleichzeitig brauchst du beispielsweise bei der Einführung von Tools oder bei der Begleitung von Adoption von Tools entsprechende Strukturen. Und das heißt, du kannst eigentlich diese Strukturen, die du da aufbahrst, gemeinsam nutzen, zum Beispiel Multiplikatoren-Netzwerke. Das gilt sowohl für den Change-Teil als auch für den Adoption-Teil. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Einsatz von Technologie immer mit Veränderungen einhergeht. Veränderungen von Arbeitsweisen. Und deshalb musst du dir eben Gedanken machen, wenn du neue Plattformen, neue Technologie oder auch eine digitale Arbeitsumgebung einführst oder besser nutzen möchtest, wie du das Ganze menschlich begleitest. Da müssen wir ja auch immer wissen, wo wir zu welchem Zeitpunkt genau stehen. Also Daten oder Erkenntnisse darüber, wie gut unsere Kollegen das schon können, sind auch wichtig, oder? Absolut. Das ist auch ein Teil oder ein großer Teil, ein wichtiger Teil unserer Leistungen, dass wir Assessments, Analysen machen, wo wir aus Sicht der unterschiedlichen Teilnehmer an der digitalen Arbeitsumgebung gerade stehen. Wie die Bereitschaft auch beispielsweise ist, die Veränderungen zu unterstützen, wie das Skillset ist von den unterschiedlichen Personen, aber auch insgesamt welche Arbeitssituationen die unterschiedlichen Zielgruppen dieser digitalen Arbeitsumgebung überhaupt haben. Weil es ist nun mal was anderes, ob ich das Ganze im Büro nutze oder beispielsweise im Werk oder unterwegs oder wo auch immer. Vielleicht noch schon dein Eingangsstatement für unsere Diskussion. Wo stehen wir? Wie gut können die Unternehmen das jetzt heute schon? Wo stehen wir bei dem Thema? Also ich glaube, dass wir einen guten Schritt vorangekommen sind, was grundsätzlich die Nutzung von den Tools angeht und auch was das Skillset angeht. Ich glaube, das ist jetzt gelernt spätestens seit der Pandemie. Und trotzdem ist es so, dass wir immer wieder entdecken, dass es noch gewisse Orientierungslosigkeit gibt, wie man insgesamt jetzt auch die Arbeitsweisen verändert und wie man das auch gemeinsam mit den Tools übereinbringt. Wie gesagt, da herrscht unserer Ansicht nach immer noch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und deshalb gehören diese beiden Themen zusammen, weil nur dann wird man es schaffen, überhaupt wirklich langfristig eine gute Mitarbeitererfahrung, eine gute Employee Experience zu etablieren. Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, Björn. Wir freuen uns. Vielen Dank für's Zuschauen.